Ja, willkommen bei der Firma Gerber, V-Geschäft in Denzingen bei Freiburg. Unser mittelständisches Unternehmen wurde gegründet 1953. Wir sind ein Familienunternehmen mit 70 Mitarbeitern, sind hier in der Region gewachsen oder vielleicht ist auch die Region mit uns gewachsen. Also bei uns im Betrieb sind eigentlich immer alle Türen offen. Wir haben kurze Wege, wir kommunizieren sehr viel miteinander. Das macht einfach Spaß und ich denke, das macht das Flair und den Charme unserer Firma aus. Wir legen großen Wert auf Innovation und moderne Technik. All diese Arbeitsfortschritte gewährleisten kurze Bauzeiten und eine hohe Qualität. Durch unsere beiden Sparten, Hoch- und Tiefbau aus einem Hause, haben wir natürlich große Vorteile und können vom Spatenstich bis zur Gebäudehöhle die ganzen Arbeiten selbst ausführen. Und das ist ein sehr großer Vorteil für unsere Kunden und auch für die Ingenieurbüros, die dort mitwirken. Wenn man natürlich an fertiggestellten Projekten vorbeifährt und die nochmal betrachtet, macht das natürlich sehr stolz. Wir haben sehr viele markante Projekte hier in der Region realisiert. Wenn man von dem Spatenstich bis zum fertigen Projekt mitgewirkt hat, ist ein tolles Gefühl. Ich bin sehr motiviert, gehe morgens sehr gerne zur Arbeit. Bei uns in der Firma macht keiner einen krummen Buckel. Wir gehen alle positiv die Arbeiten an und der Ehrgeiz strahlt eigentlich aus den Augen. Und dieser Ehrgeiz und Ansporn, der macht uns auch aus. Bei uns in der Specifically-Erze콜� undетera und überraschend sofort mit dem Spiel. Bei uns haben wir ganz total Anschluss gesagt. Vielen Dank.